Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. So ein AirPod gehört eigentlich in jeder Haushalt. Denn es ist die praktischste Erfindung, seit es die Solierkanne gibt. Dieser AirPod hat eine spezielle Ausschankautomatik. Nur ein leichter Knopfdruck genügt und man kann also bequem einschenken, ohne dass man noch lange einen Deckel aufdrüllen muss. Ja, und wie funktioniert das? Ganz einfach. Mit einem leichten Fingerdruck auf die Scheibe lösen Sie einen dosierten Luftdruck aus. Und dann können Sie einschenken, so viel Sie wollen. Beim Camping, fürs Picknick oder natürlich immer dann, wenn Sie viele Leute haben, ist so ein AirPod geradezu ideal. Jeder kann sich selbst bedienen. Dann dank der Drehscheibe, die unten eingebaut ist, kann man ihn ja bequem drehen. Und so kann sich jeder gut selber einschenken. Und Sie haben immer einen rechten Vorrat. In diesem AirPod gehen fast 2 Liter, also etwa 15 Tassen. Ja. Was auch noch wichtig ist, nämlich, dass das Getränk in diesem AirPod mindestens 10 Stunden feierig heiss bleibt. Oder eben eiskalt, wie Sie wollen. Den AirPod kommen Sie jetzt in allen Coop-Warenhäusern oder Coop-Center über, und zwar zu einem erstaunlich günstigen Preis. Ja, und jetzt haben wir Ihnen natürlich noch andere Tipps, und zwar für Ihren nächsten Wanderausflug. Nahrhaft und doch leicht zum Tragen sollte ja Zwischenverpflegung sein, damit Sie den Magen und auch den Rucksack nicht zu fest belasten. Also Tauernproviant kommen Sie natürlich bei grob in einer reichhaltigen Auswahl über. Zum Beispiel Darvida von Hug, ein leichtes und bekömmliches Vollkorngebäck. Simmental ist ein feiner Tauernproviant aus fein gewürztem, magerem Rindfleisch. Der Schmelzkäse von Gerber in 6 Sorten bringt Abwechslung in jedes Picknick. Chiquita-Bananen gehören zu den Mineral- und vitaminreichsten Früchten. Aus C-Frisch machen Sie im Nu ein vitamin-C-reiches Getränk mit Orangenaroma. Chocolat Overmaltine mit der gesunden, natürlichen Overmaltine gibt neuen Elan. Williams-Bieren und Äpfelzeltchen von Rigola sind die mit der echten Fruchtmark. Und der feine Trident-Kaugummi schont Ihre Zähne, denn er ist ohne Zucker. Denken Sie also daran, bevor Sie den Rucksack packen. Bei Coop gibt es die bewährten Markenartikel zu gewohnt günstigen Cooppreisen. Und für alle Glacé-Liebhaber – und wer ist das schon nicht? – gibt es jetzt bei Coop ein richtiges Gelatte-Festival. Die beliebten Goldstar-Glacé-Spezialitäten gibt es jetzt zu überraschenden Aktionspreisen. Achtet Sie auf diese Plakate an der Coop-Show-Fester. So, und jetzt danken wir Ihnen für das Zuschauen. Und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Den Airpod, den wir Ihnen gerade zeigen haben, gibt es bei Coop für nur 29 Franken. Und bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 10 verschiedene Knorr-Suppen, den Beutel für nur 65 Franken. Drei Dosen Mondial-Ananas statt 2,40 Franken nur 81 Franken. Drei Palmolive-Säufen für nur 2 Franken. Und drei Toiletten-Säufen Pazifik oder drei Lux für nur 2,75 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 500 Gramm Exzellento Bohnenkaffee statt 6,30 Franken nur 15. Und 250 Gramm statt 3,40 Franken nur 82. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.